So, hallo, wir machen weiter. By Things. Und letztes Mal, ja, bin ich in diesem Level stehen geblieben. Was zwar immer noch besser war als das Level davor, was wir angefangen hatten, aber ich hab halt hier trotzdem eine gewisse Stelle da hinten und ich noch nicht, ups, da muss ich einen Spinjab machen, von der ich noch nicht so richtig weiß, wie ich mit ihr umzugehen habe, aber naja. Jetzt mit mehr Pause dazwischen kriegen wir das vielleicht hier hin. So. Zumindest kann ich den Anfang noch. Ja. Das Problem ist halt, das hab ich letztes Mal schon gesagt, ich hab zu wenig Möglichkeiten, diese Stelle zu üben und ich werd so halt nicht lernen, wie sie geht, wenn ich immer wieder am Anfang irgendwo hängen bleibe. Ich glaube, ich werd mal nur zum Üben da hinten einen Safe State setzen, dass wir gucken können, wie wir die Stelle spielen müssen und dann aber natürlich richtig ohne Safe State komplett alles spielen. Aber ich denke, so Übungs-Safe-States wären doch eine Idee. So. Ich muss irgendwie rausfinden, wie das geht und jedes Mal wieder nach hinten spielen. Um erstmal zu lernen, wie es geht. Und ja. Natürlich würde das auch nicht gehen, wenn es ein normales Spiel wäre und man keine Safe State hätte. Aber ich glaube, das wär mal eine Idee. So. Mich mal konzentrieren wär vielleicht auch eine Idee. So. Das wär so, dass im Mario Maker könnte man zum Beispiel diese Stelle dann nachbauen, um die zu üben und muss auch nicht die ganze Zeit hinspielen. So. Man konstruiert sich das im Prinzip so ein bisschen zusammen. So. Okay. State. Ich wechsle mal kurz den... Oh, wie war denn das jetzt? Welche Taste wechselt den State? Ach, egal. Wir machen es einfach in dem hier. Okay. Also ich muss nach unten drücken und die Sprung-Taste. So. Und wenn ich das einfach gedrückt halte, passiert das. So. Wenn ich hier wieder runter... Okay. Ach so. War die falsche Taste. Ich muss von der anderen runter. Warte. Ja, so. Irgendwie so. Na, so nicht. Also hier... Okay. Bei dem zweiten vom Sprung wieder runter. Okay, so nicht. Okay. Ja, das muss ich irgendwie regulieren. So. So nicht. Und dann wieder hoch. Und dann weiß ich noch nicht, wie es weitergeht, aber das wäre doch... Das wäre der Ansatz. Also... So. Zack. Nein. Da muss ich nochmal... Und dann runter. Und dann weiter. Okay. Gut. Weiter habe ich jetzt bewusst nicht schauen wollen, weil jetzt wissen wir, wie es geht. Okay. Ich denke, für sowas kann man Safe States... Würde mich jetzt direkt wieder interessieren, ohne jetzt einen Safe State Monolog anzufangen. Ob das eine Art ist, wie ihr sagt, da so kann man Safe States einsetzen oder ob das... Es ist an sich auch getrickst. An sich ist es auch getrickst. Naja. So. Aber trotzdem werde ich ja am Stück ohne spielen. Insofern... Boah. So. Und es wird sowieso noch... Es wird sowieso noch eine Weile dauern, bis alles am Stück funktioniert. Also... Das wird noch ein bisschen brauchen. Aber... Wir sind schon mal einen Schritt weiter. Wir wissen jetzt schon, was ich grob drücken muss. Was sich schon mal besser anfühlt. Damit bin ich jetzt schon entspannter als zu Beginn der Aufnahme. Das ist doch schon mal was. Ja, jetzt bin ich nicht von der Taste runter. Ich bin von der falschen Taste runter. Ich bin von der nach unten drücken runter. Ich muss aber von der Sprungtaste runter. Ach. Das ist so, was ich meine. So in dem Moment selbst ist man dann zu aufgeregt, um einfach irgendwas hinzukriegen. Und dann verwechselt man Tasten und so weiter. So. Ach ja. Und ich hab... Aber das habt ihr mittlerweile sicherlich gemerkt. Ah, nein. Da nicht. Ich hab die... Die Parts vertauscht. Das heißt vertauscht. Ich hab gar nicht mehr gewusst, dass nach der Dimension Door, nach dem Part mit der Dimension Door, äh... Dass danach noch ein extra Part kam. Ich dachte irgendwie, dass das Wound ist Jesus Level und so weiter, dass das alles in dem Part mit der Dimension Door selbst drin war. Aber das war's ja gar nicht. Das war's ja gar nicht. Das war mein Trugschluss. Weshalb dann jetzt halt Part 14 der eigentliche Part 15 ist. Und Part 15 ist dann das, was eigentlich nach Part 13 gekommen wäre. Und das ist jetzt Part 17. Ich hatte das komplett verdrängt. Den hatte ich auch noch überhaupt nicht namentlich bearbeitet. Also normalerweise... Wie nenne ich dann die Dateien ja entsprechend so, um wie ich sie dann auch... später nennen möchte. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, wir haben's. Oh, der Mond ist fies. Da werden wir sterben, aber es ist nicht so schlimm. Okay, wir sterben. Aber nicht. Okay, wir sterben doch. Aber damit haben wir das Level. Gut. Gut, 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 gut. So. Fieser Mond. Aber immerhin sind sie nicht versteckt. Das ist auch was. So. Das ist so eine Sache. Ich meine, merkt ihr das? Letzten Part habe ich ewig gestruggelt, da überhaupt einen Sprung hinzukriegen. Und jetzt konnte ich es halt mal kurz üben. Zugegeben, wie gesagt, mit den States. Aber selbst gespielt, komplett gespielt, habe ich es dann wieder ohne States. Und dadurch, dass ich es üben konnte, bin ich viel lockerer geworden, was diesen Sprung anging. Das ist schon... Ja. Gut. So. Dann jetzt auch wieder Mulligan. Denn da müssen wir leider noch rein. Das hilft dir nichts. Da müssen wir leider auch noch durch. Oh. Äh. Ich muss jetzt mal wieder reinkommen, wie die Tasten da waren. Nee. So. Ach ja, hier springen. Dann runter und dann hier. Genau. Dann da durch. Okay. Ja, Weizenmeer noch nicht gekommen. Das ist das Problem in der Geschichte. Ja, jetzt habe ich die Schellen nicht mitgenommen. Oh, es ist so viel, was hier zusammen funktionieren muss, worauf ich wenig Einfluss gefühlt habe. Nein, nur nach oben. Dann nach oben werfen. Oh Gott, es ist so... Ich will noch mal ganz kurz die Textboxen am Anfang lesen. Ich will noch mal ganz kurz die Textboxen am Anfang lesen. Ob ich da vielleicht noch irgendwas übersehen habe. Red Coins mean to recap. Habe ich verstanden. You can also jump at high speeds and pressing right won't slow you down. Habe ich auch verstanden. Green Coins mean to throw. Ja. Don't let go of jump. Ja, das ist das Ding. Aber... We don't let go of jump. Ich drücke jump ja gar nicht, wenn ich werfe. Wie soll ich dann davon runtergehen? Meinen die den Rennknopf mit jump? Von dem gehe ich nicht runter. Aber wenn ich jump nämlich... Also wenn ich die Sprungtaste gedrückt halte, dann schieße ich ja sonst wohin. Na ja, jetzt habe ich die Sprungtaste gedrückt. Seht ihr? Dann schieße ich sonst wohin. Also die Taste kann nicht gemeint sein. Ich glaube, die Renntaste ist gemeint mit jump. Ja. Gut. Ja, weißt du, wenn ich jump halte, dann lande ich ja sonst wo. Ne, ne. Das kann nicht gemeint gewesen sein. Nein! Oh Gott, und dann... Okay, so weit waren wir noch nie. Da merke ich jetzt auch schon wieder, dass ich in der Aufnahme einfach viel entspannter bin als beim letzten Mal. Wo ich halt auch so übermüdet war, ne. Das ist auch... Nein! Okay, da kommt der Midwaypoint. Nice. Merkt ihr den Unterschied? Es ist wirklich ein riesiger Unterschied. Gerade fühlt es sich auch viel besser kontrolliert. Achso, ich muss um... Jetzt habe ich es verstanden. Ich muss umkehren. Es ist klar, dass man ihn verpasst. Man kann den gar nicht erwischen am Anfang. Man muss dann umkehren. Verstanden. Jetzt fühlt es sich... Das ist voll krass. Ich bin gerade fasziniert, wie mein Kopf einfach funktioniert. Weil jetzt fühlt es sich überhaupt nicht so an, als wäre das nicht möglich, das zu erreichen, worum es hier... Ach, scheiße. Als wäre das überhaupt nicht möglich, das zu erreichen, worum es hier geht. Was man hier machen muss. Das letzte Mal hat sich das so angefühlt, als wäre das super schwierig, hier den Timer... Den Timer... Den Timer... Also die... Das Timing passend zu wählen. Aber jetzt überhaupt nicht. Also mein Kopf nimmt gerade das Level wesentlich langsamer wahr. Schaut mal, wie leicht ich sofort das Zeug treffe. Wie easy ich einfach das Zeug getroffen habe. Und letztes Mal hatte ich das Gefühl, als wäre das eine Sache von Millisekunden, um das überhaupt zu treffen. Das ist krass. So, okay, was passiert hier? Okay. Okay. Da muss ich direkt springen. Äh, okay. Oh, das ist ganz schön knapp. Im Moment dann zum Abspringen zu erwischen noch. Ah, das war zu hoch. Zu niedrig. Ah, das Abspringen ist... Ah, ja. Man springt einfach gar nicht. Das ist natürlich auch eine Idee. Und dann muss ich mich da aber schnell ducken, weil sonst stoße ich mir den Kopf, sobald ich den Pilz einsammle. Und jetzt hätte ich da werfen müssen oder sowas. Eieiei. Okay, das war zu hoch. Okay. Stimmt, das sind auch Grüne. Da muss ich wieder hochwerfen, ja. Und dann da... Aber solange wir immer ein Stückchen vorankommen, ist alles gut. Ah, zu spät geduckt. Okay. Ja, aber auch hier... Es entwickelt sich... Ah, Mist. Es entwickelt sich ein Gefühl für die... Für die... Für die... Für die Stelle. Ah, da muss ich landen. Okay, verstanden. Muss ich das selber wieder Speed geben? Wahrscheinlich schon, ne? Ich glaube, da muss ich selber wieder Speed geben, dann. Mist. Ich glaube, ich kann da oben drin landen, in dem Ding. Ja, ich glaube, ich kann da oben drin landen, dann schießt mich das da so raus irgendwie. Hm. Okay, müssen wir mal gucken, wie das passiert. Stimmt, der schießt mich erst so runter. Ja, ja, doch. Ja, okay, verstanden. Dann gehe ich da rein und dann schieße ich da oben gleich die nächste raus. Ai, 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 ai. Aber es ist krass, wie viel besser es gleich läuft, ne? Ein Level, bei dem ich das Gefühl hätte, das wird ewig schwierig werden, weil es so knapp alles ist, ist beim zweiten Anlauf, es fühlt sich auch einfach ganz anders an. Also, das macht wirklich was mit einem, ob man müde ist oder nicht. So. Der Kopf funktioniert ganz anders, was die Konzentration angeht. Ich bin jetzt ja nicht besser geworden. Ich bin einfach nur munter. Das ist krass. Da merkt man halt auch, dass da tatsächlich dann was schon dran ist, wenn man sagt, übermütet irgendwie so in eine Klausur reingehen oder sowas, ist eine ganz schlechte Idee. Ne? Oder überhaupt übermütet irgendeiner Arbeit nachgehen. Also, man braucht wirklich, wirklich ordentlich Schlaf. Ai, ai, ai. Schade, dass es sich immer wieder bewahrheitet. Ah. Schade, schade. Denn Schlaf ist ja was, wo wir die meiste Zeit verlieren. Ach, ich musste ja schmeißen. Ich lege die die ganze Zeit ab, das ist natürlich Schwachsinn. Ich musste ja eh schmeißen. Ja. Ja, okay. Nice. Schon verstanden, wie es weitergeht. Sehr gut. Ah. Aber es spielt sich jetzt so viel smoother als beim letzten Mal. Es ist wirklich, wirklich... Also, unsere Psyche ist schon ein Mysterium. Ah, und dann wieder ducken. Und dann wahrscheinlich nicht in die Röhre rein. Ziemlich sicher darf ich dann nicht in die gelbe Röhre rein. Äh, ich sollte erst die Shell werfen. Aber dieses Don't Let Jump Go, wenn ich werfe, das habe ich nicht verstanden, weil... Es ist auf jeden Fall nicht Jump, was ich drücke, ist es die Sprung, also es ist die, die Renntaste. Das ist nicht Jump. Und ich glaube, das hat er auch gemeint. Ah, ducken vergessen. Aber wir kommen... Wir kommen der Sache hin. Der Sache hin. Wir kommen der Sache näher. Hä? Stabil. Nein! Die habe ich wieder nur abgelegt. Das hätte eh nicht funktioniert. Ach, Mann. Nein, nicht da hoch. Not da hoch. Es kommt allerdings noch was dazu. Es ist nicht nur der Schlaf, der ein Unterschied ist. Also es ist nicht nur, dass ich jetzt munterer bin. Äh, ich hab jetzt auch gedanklich weniger im Kopf als beim letzten Mal. Also letztes Mal, als ich aufgenommen hatte, hatte ich noch ein paar Sachen vor mir, die ich erledigen musste. Ähm, die auch Sachen, auf die ich jetzt nicht so viel Lust hatte. Ja, also die man halt dann gedanklich mit sich rumträgt. So, aber die sind mittlerweile erledigt. Das kann auch sein, dass das mit dazu kommt. Dass es nicht nur der Schlaf ist, äh, sondern dass man halt auch noch... Ach, Mist. Sondern dass man halt auch noch... Ja, andere Dinge, die einen beschäftigen, sind jetzt halt ausgeblendet. Weil im Moment beschäftigt mich halt nichts anderes. Im Moment kann ich ganz... Ah ja, genau, da kommt dann sowas. Kann ich ganz unbeeindruckt... Äh, unbeeindruckt. Unbesorgt hier aufnehmen. Muss dann später noch was korrigieren. Aber das ist jetzt nichts, was sofort sein muss. Es gab andere Dinge, die sofort sein mussten. Es gab zum Beispiel... Nein, ich glaub, das... Nee. Ich glaub, das kann ich datenschutzrechtlich lieber nicht sagen. So. Das sind dann doch schulinterne Dinge, über die man nicht reden sollte. Gut. Du, 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 du. Nah. Jetzt treffe ich es nicht mehr. Na, zu weit. Es ist faszinierend. Jetzt. Okay, okay. Ah. Hm. Das kann da nicht mehr viel sein. Das kann da nicht mehr viel sein. Ich würde jetzt aber einfach mal interessieren, was in der Röhre kommt. Ich glaube, ich lasse mich jetzt mal kurz... Ich lasse jetzt mal... Also ich glaube, ich gehe mal in die Röhre rein. Ich will mal wissen, was da kommt. Ob man einfach nur zurückgesetzt wird oder ob da irgendein extra Raum eingebaut wurde, der einen dann killt. Ah, nee. Jetzt war ich gedanklich schon bei der Röhre und habe noch vergessen, dass der Sprung erst kommt. Das ist natürlich... Ärgerlich, oh, moin. Die ist aber ganz woanders hingeflogen. Mist. Äh, ist er. Nein! Ja, ja. Ach, wieder zu hoch. Äh, die habe ich jetzt nicht hochgeworfen, scheinbar. Auch interessant. Da, da, da. Du, 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 du. Nein! Ich war so vorbereitet, jetzt nach unten zu drücken. Aber es hat noch nicht gere... Aha! Wirf doch! Hä, ne, wirf doch! Junge. Nein! Wieder nur losgelassen. Nö! Esser! Mann! Ich darf die Röhre nicht ausprobieren. Nein! Warum darf ich die Röhre nicht ausprobieren? Lass mich die Röhre ausprobieren. Jetzt aber! Jawohl. So, was passiert? Okay. Ich darf es mir fassen und startet wieder von vorne. Man startet wieder von vorne. Okay. Schade. Kein extra Raum. Gut. Aber einmal musste man es ausprobieren. Hätte ja sein können, dass das am Ende vielleicht ein Troll ist und in der Röhre ist tatsächlich das Ziel. Wäre zwar ein ziemlich mieser Troll, aber... Denkbar ist alles. Und wir kommen ja relativ schnell wieder hin. Oh, das wäre es, glaube ich, gewesen, wenn ich die jetzt nicht losgelassen hätte, sondern geworfen hätte. Das wäre es vielleicht gewesen. Das sah sehr, sehr cool aus. Und da scheint dann ein richtig großer Sprung zu kommen. Das könnte der Finalsprung sein. Und am Ende kommt bestimmt ein Mond, den man verpasst. Seht ihr schon kommen? Dass wir das gleich nochmal machen dürfen. Nein! Das habe ich nicht mit gemeint mit nochmal machen. Ich kann aber echt nur empfehlen, diesen Hex selber zu spielen. Es ist... Er ist schon... Er hat schon was. Er hat echt so ein ganz spezielles Feeling. Was, was ich schon lange nicht mehr bei Hex hatte. Irgendwie. Weiß ich nicht. Weshalb ich ja auch irgendwie diese Motivation habe, das Ganze wirklich mal ordentlich durchzuziehen. Ohne allzu viel rumzutricksen. Die Übung save's jetzt mal außen vor. Also, die... Die finde ich nach wie vor in Ordnung. Keine Ahnung. Früher habe ich ja als Ausrede immer gerne gesagt, let's play save's, ne? Also, äh, damit es halt nicht zu lange dauert. Und ja, aber... Nein. Diesmal nicht. Noch nicht. Ich fange dann wieder an, riesige Monologe zu führen, wenn ich kurz davor bin, save's jetzt zu benutzen. Dann fange ich wieder an, Monologe zu führen. Dann darf sich Counter freuen. So. Ach, Mann, no. Nein. Nein. So langsam würde ich dann aber doch auch jetzt hier... Wäre jetzt hier auch mal dafür, dass ich mich wieder besser anstelle. Denn auch das ist ein Punkt. So Konzentration bleibt nicht lange. Also... Das ist schon krass. Na... Vor allem lasse ich halt immer los, die Shell anstatt sie zu werfen. Ja, gut. Hätten wir noch springen müssen, dann wäre das vielleicht cool gewesen. Siehste, schon wieder losgelassen. Ich glaube, ist das Zeitfenster groß genug, um hier wirklich ordentlich sich erstmal hochzustrecken und die Shell zu werfen. Siehste, zack. Und schon läuft das. Und dann springt man nicht mehr. Wow, jetzt war ich aber richtig langsam. Ach, Mann, no. Nein! Ich war über die Röhre drüber und dann habe ich mich nicht mehr rechtzeitig geduckt. Schade. Nein, zu bald! Zu bald gesprungen. Wow, vorhin hätten wir es wahrscheinlich einfach wirklich haben können, wenn ich nicht losgelassen hätte, sondern geworfen. Ich glaube, das war der einzige Fehler. Ja, komm! Yes! Oh mein Gott, nice. Kein Mond, den man verpassen konnte. Aber propos Mond, wir können zum Mond laufen. Wir können zum Mond laufen. Oh, oh, oh! Oh, ein Bonus! Nee, Auto-Level. Das heißt, ist nur angucken, ne? Ist nur angucken, okay. Gibt es wieder leckere Monde am Anfang? Habe ich dafür zum Mond bekommen? Werden wir feststellen. Okay, das ist nur angucken, es nicht selber spielen. Huh! Lol! Moment, das muss ich kurz zurück spulen. Also ich spule es zurück, wenn wir durch sind. Weil es dürfte nicht mehr lang sein. Aber was ist da passiert? Das muss ich mir nochmal angucken. Okay. Okay, vielleicht spule ich nicht zurück, wenn wir gucken. Ich gehe einfach neu ins Level rein, weil das geht... Okay. Wir gehen einfach neu ins Level rein. Die Stelle nach dem Midway muss ich nochmal sehen. Nice. Okay, wir haben keinen Mond bekommen. Aber die Stelle nach dem Midway muss ich nochmal sehen. So, wo ist mein Rewind hier, ne? Wow! Der war jetzt fix. Okay, jetzt kommt es gleich... Wieso ist der Rewind auf einmal so krass? Das schiebst du mich da irgendwie durch. Zack! Ah, okay. Ah, okay, okay. Das hat mich nur gerade irritiert. Gut. Schön. So, jetzt können wir den Mond gucken. Wir haben ja eine Abkürzung gelernt. Hui! Äh. Achso, so rum geht die. So. Nächstes Mond... Äh, Bild. Nee, nicht Bild. Äh, Dings. Weißt du schon. Sometimes Exits Change Wants Beaten. Oh. Man muss manche Level öfter spielen, weil sich am Ende was ändert, oder wie? Exits Change Wants Beaten. Ah. Wo könnte das gemeint sein? Hm. Aber ich kann jetzt ja nicht alle Level nochmal neu spielen und gucken, wo es am Ende was anders ist. Das ist... Okay. Ha. Dann lasst uns mal den Rest des Videos noch nutzen, um ein bisschen Yoshi zu machen. Da habt ihr mir schon gesagt, ich sollte es notfalls mit Save-Stats machen. Dann gucken wir mal, wie weit wir es einfach ohne schaffen. Und ich würde dann so ein... Alle 10er-Ding-Safe-Stats probieren. Scheiße. Okay. 20. Und zwar, ich bin gerade echt normal zu 20 gekommen. Also, das war jetzt nicht... Ach, scheiße. Nein, ich war wieder fast bei 20. Also, bei 20 setze ich mal einen. Okay. Jetzt habe ich den gesetzt und bin dadurch rausgerutscht. Das ist natürlich dumm gewesen. Okay. Also, es ist schon... Ja, dadurch, dass man jetzt halt schneller abspringen muss, muss man das ein bisschen... Ja, so am besten irgendwie. Ja, und da darf man nämlich nicht zu hoch. Das ist das Schwierige. Also, man darf nicht zu bald auf das Yoshi drauf. Das ist frech. Aber man muss... Aber man muss irgendwie so ein bisschen so durchschonken. Also, so seitlich durchgehen irgendwie. Damit man eben nicht zu hoch kommt. Okay, und dann geht die Lava wieder weg. Nee. What? Okay, er bleibt aber unten. Also, Quatsch. Der bleibt oben und auf die Yoshis kann ich unten steigen. Okay. Also, bei der Lava wäre praktisch der Trick, so ein bisschen hin und her zu gehen, dass man eben ein bisschen Zeit hat, bis man... Und bei dem ist der Trick, die Yoshis weiter unten aufzunehmen. Und jetzt kommt alles zusammen. Nee, ist klar. Aber das ist ja auch die letzte Stufe. Es hieß ja bis 50, ne? Okay, die Lava ist nicht ganz so hoch. Die Lava ist nicht ganz so hoch. Das ist in Ordnung. Ich dachte, die geht genauso hoch wie vorhin. Das wäre krass gewesen. Das wäre krass gewesen. Missed. Nein. Nein. ok ok ja ja der letzte ok als wir setzen keinen state mehr dazwischen die ich habe die werde ich nutzen die also die die habe ich genutzt aber mehr kommen nicht dazu das kriegen wir hin und das war zu bald nein scheiß lava als ist der angler reingerutscht was du ok mist jetzt krieg ich nicht mehr hin in die zweite phase 11 zweite phase ja wahrscheinlich in die letzte phase zu kommen hey was man abbieten von anders gemacht das wird doch veralbert lol verglichen wie vorhin gespielt habe ist jetzt irgendwas kaputt gegangen man was ist das denn hier schade knapp alter alter ok nein nein da muss ich nach links lava oh boy geht nein ich dachte ich kriegte noch leider war das ein trugschluss leider war das ein trugschluss ach mensch ach mensch nein scheiß angler wir waren bei 49 ich werde keinen weiteren state mehr setzen wir schaffen das von hier aus aber alle 50 würde ich nicht ohne ist also irgendwann vielleicht aber nichts nee nee zu viel auf einmal für mich nein ich muss den irgendwie nochmal loswerden der kommt mir dafür zu schnell hinterher nein irgendwie muss ich wieder loswerden vielleicht das von gemacht als ich einfach mal chillig bis 49 gespielt habe was und auch was und machen sie 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 ein Nein! Nein! Wieso bin ich nicht abgesprungen? Das war's doch. Miest. Nein, Spalt. Nein, 47. Ah, jetzt falsch. Oh Gott, oh Gott, ja, das war ein schlechter Start. Einfach schon von der Höhe her zum Scheitern verurteilt. Mist, 46 wieder gehabt. Wow! Nein! Okay. Na, viel zu... Oh, ich hab's gut gerettet und dann bin ich viel zu hoch gesprungen. Nein! Scheiße! Ich muss mich halt drauf konzentrieren, gleichzeitig den ein bisschen rüber zu lenken, dass der nicht genau immer da ist, wo mein Yoshi runterfällt. So nämlich. Weil wenn er nämlich dann woanders ist, kann er mich nicht treffen. Oh boy! Ah! Ah! Bist. Langsam tut der Finger wieder weh, vom die ganze Zeit gedrückt halten, der D-Taste. Was bei mir die Renntaste ist, by the way, falls jemand fragt. Falls sich jemand fragt. Oh. Nein! Wieso mach ich denn, wenn ich einen guten Anlauf hab, dann solche Fehler? Filmfehler. Ach man. Kannst du blödes Ding da oben dich nicht einfach verziehen? Werd ihr da sehr verbunden. Mist! Ich glaub, wir müssen das im nächsten Part zu Ende machen. Oh. Der mutiert jetzt leider doch wieder. Nein! Weil ich will halt auch jetzt nicht mittendrin hier auf. Aber wir sind halt schon bei 46 Minuten wieder. Wenn ich halt wüsste, ich schaff's in den nächsten 5 Minuten, ne? Wenn ich das wüsste. Würde ich sagen, ich nehm weiter auf. Aber Was ist das? Nein 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 Das war wieder die 49 Ach, leck mich doch am Arsch So knapp immer Nein 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 Der war gut Ein dummes Drecksding da oben Nein Der war mal ein Fehler Ah, zu hoch Hat man schon lange nicht mehr Ich habe zum Glück einen relativ angenehmen Save für die Musik aufgewählt Jetzt merkt man fast gar nicht, dass ich den lade Weil die Musik einfach so eine kleine Pause in dem Moment eingelegt hat Eigentlich ganz witzig Ach, scheiße Ich muss mal kurz die Taste loslassen Einen Moment Ich muss mal kurz hier meinen Finger ein bisschen Beruhigen So Okay Okay Wenn mal bitte nicht in der Lava sterben könnten, weil das immer jedes Mal bedeutet, dass ich das Timing verkackt habe Oh 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 Hey Scheiße Nein Es war wieder die 48 Oh 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 Das war blöd Das waren noch 50. Wo hätte ich denn hin gemusst? Da taucht eine Tür auf. Okay. Okay, da taucht eine Tür auf in der Mitte. Scheiße. Ahhhhhhhhhh. Lol. Über das Feuer drüber geht auch. Wollen wir mal machen. In der Mitte taucht eine Tür auf. Oh fuck. Ne, wir spulen dahin jetzt zurück. Wo ist der Versuch, den ich hatte? Ach so. Ja, ich verstehe. Ich sterbe jetzt immer. Ja, ich... Ich konnte nicht genau bis dahin zurück spulen. Ich muss jetzt hier weitermachen. Okay. Weil ich natürlich schon einmal dahin zurück gespult habe, gab es jetzt nicht nochmal den gleichen Rückspul. Dings. Ja, hab ich verstanden. Hab ich verstanden. Da hat auch die Tür. Okay. Also einen muss ich nochmal mitnehmen und dann taucht die Tür auf. Ja. Dann sehen wir es in dem Part doch noch, was auch immer da dann kommt. Och. Och. Okay. Mehr passiert auch gar nicht. Es ist tatsächlich das hier und mehr kann man gar nicht machen. Okay. Na dann. Wählen wir den Party und gucken uns nächstes Mal an, was hinter der Tür ist. Nein. Solche Cliffhanger mache ich nicht. Ach, es ist ein QR-Code. Ja, ich habe es nicht wirklich getan. Also. Ne. Ich habe es nicht wirklich getan. Also der Matlet, den habe ich nicht verdient. So. Da muss ich ganz kurz wieder QR-Coden hier. Einen Moment. Eine Sekunde. Okay. Zwei Sekunden. So. Handy. Nein. Nein. Kein Update. QR-Code scannen. Das will ich. Also meine QR-Code scanner ist echt toll. Ah, jetzt. Ah, das. Ich lande wieder bei einem Nico-Video. Also das ist so ein japanisches, so ein japanisches Portal für Videos. Das japanische YouTube könnte man sagen. Da gibt es wahrscheinlich wieder eine tanzende Katze oder sowas. Yo, what's that? Ich sehe irgendein Insekt gezeichnet. Ach ne. Das ist die Werbung. Das ist die Werbung vor dem Video. Das Video heißt, V, ganz viele japanische Zeichen, Mitsubachi. Falls ihr es schreiben wollt. Mitsubachi. Keine Ahnung. Die ganzen japanischen Zeichen kann ich halt nicht lesen. So, Werbung überspringen. Jetzt kommt irgendwas. Ein Text. 38. Ich kann es euch leider nicht zeigen. Äh? Ist das das richtige Video? Ja, zwei Minuten sechs geht's. Guck das jetzt nicht komplett an, keine Sorge. Aber ich verstehe noch nicht... Ah, jetzt kommt das Insekt. Ich verstehe nicht, was mir das sagen soll. Okay, jetzt fliegen ganz viele WWWs durch den... Durchs Bild. Das sind wahrscheinlich... Das sind die Kommentare. Ah, man kann bei Nico Vito die Kommentare einblenden. WWW WWW. Gun Burn Beer. Gackt. Das muss ein Ending von irgendeinem Anime sein. Keine Ahnung. Attack of a Bee. Mitsubachi. Äh, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass ich damit irgendwas anfangen soll. Okay. Aber wir haben ja noch eine Tür, um hier durchzugehen. Lul. So. Das war jedenfalls ein sehr, sehr spannendes Video. Und das führt mich wahrscheinlich zum Anfang zurück, oder so. Ja. Geil. Okay. Gut. Dann haben wir das jetzt. Dann haben wir das auch mal gemacht. Danke fürs Zuschauen. Und... Tschüss.